Guten Tag, wir sind Opel aus Deutschland. In unserer 150-jährigen Historie haben wir nie zu Australien gegangen. Well, einer von uns hat. Astra. Es hat so viel gebraucht, es musste zurückkommen. Und diese Zeit bringt es mit ihm den Rest der Familie. Bis bald. Opel. Wir leben Autos. Wir leben Autos.